Ist das normal für Poké-Bälle so zu tun? Wie findet ihr mein Design eigentlich? Mein wunderschönes Border-Design. Ich finde es sehr herfisch gemacht. Professor, kannst du mir erklären, warum du auf einmal ein 3-Poké-Bälle liegen? Ich könnte schwören, da war ihm noch 2. Da steckt der kleine Ausreise also. Nicht, Schatz, der im 3-Poké-Bälle findet sich als Pikachu das Pone-Leben gefangen hat. Was, echt? Du hast gerne einen Pokémon gefangen, Pone-Leben? Welches ist es wohl? Wow, habt ihr das gesehen? Hahaha, dieses Pokémon ist wirklich quiddlemendig. Los, Boreli, heb den Pokémon auf und halt ihn diesmal ganz fest in der Hand. Nee, danke. Kann ich das andere haben? Das da vielleicht? Das sieht cool aus. Kann ich das da haben? Nein, nicht das da. Nein, nicht das da. Das da. Kann ich das haben? Das da will ich... Nein, nicht das da. Nee, nee, nee. Hä? Sieht nicht so aus, als würdest du dir die Wahl lassen. Frechheit, ey. Ich fühle mich beraubt. Meine Chance ist, sie zu wählen. Na gut, dann will ich halt. Explosion. Oh, ja. Es ist schon irgendwie niedlich. Aber wie auch zu schnuppern hier. Oh, ist das nicht niedlich? Oh, ist das nicht süß? Ich weiß, dass Pikachu deine ganzen Geheimtechniken lernt. So was, die Surfer und so was. Höchst ungewöhnlich. Dass dein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus deinem Pokémon hilft. Aber dich hat das offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitzen angibst? Klar, mach ich gerne. Ja, unbedingt. Wie wär's denn mit... Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ah, ich glaub aber der... Na, TM-Skla. Ja. Ich hab's die unbenannt. Ich hab B gedrückt. Meine Wurstfinger sind zu groß dafür. Ich wollt's TM-Sklaven nennen. Mach ich später. Passt schon. Es kennt seinen Platz. Es kennt seinen Platz im Team. Die Drohung war genug. Ich nehm das Pokémon hier, Herr Professor. Zeig. Er will halt Evoli. Was ist das dritte dann? Oh. Ich schlaff in die Wand. Kann ich's jetzt immer rum benennen? Ach, sehr gut. Okay. Versuch zwei. Es ist schwer mit einem Kontroll zu schreiben. Ist unglaublich. Und vormals der ist sehr dürftet. Warte, ist das der dürftet? Oh, hab ich den falschen Gewehr? Oh, verdammt. Ich hab den falschen gewählt. Das ist der, der dürftet, glaub ich. Oh, ja, ist es. Ja, ist es der, der dürftet. Ich hab dumm gewählt. Offensichtlich. Na gut. Machen wir's Hardcore. Der gute Hardcore-Run. Mit dem Drift im Controller. TM-Sklaven. Yay! Ah, wie schön. Ist das männlich? Okay. Äh, joa. Tschüss. TM-Sklaven starrt dein Gesicht an. Nein. Ja, verstehe ich sofort. Kann ich's sofort verstehen. Oh, einen Moment. Eine Sache wären wir noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, hab ich eine Aufgabe vor euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reson mitnehmt. Und zwar mein Poesie-Album. Guck mal, es ist Diedelmaus. Es riecht nach Erdbeeren. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Poesie-Ich-Meine-Pokedex. Ich hab ihn selbst entworfen. Darin werden automatische Daten zu dem Pop-Pop aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Es ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Pony und nicht Gary. Diese beiden Exemplare schenke ich euch. Du hättest ein Pokédex-Pokédex-Pokédex. Yay! Ja, nur ich. Nur ich. Die gesammelten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Das ist doof. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Aber ich hab keinen Bock, rauszugehen. Daher macht ihr es jetzt. Information zu sämtlichen Pokémon dieser Welt. Die erzeugt mich jetzt bereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Was hast du dein Leben dann gemacht eigentlich? Hast du keine... Hast du nicht im Anime gefühlt eine ganze Ranch mit 70 Tauros oder so? Ich glaube, es ist ein Ash-Tauros eigentlich. Trotzdem! Was hast du getan? Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine Schmühlenknochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervorstelligt. Und dann werde ich meinen Namen draufsetzen und den Lore-Banner kassieren. Ha, ha, ha. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Ja, wir. Mhm. Also macht euch schon auf den Weg. Das Abenteuer hat auf niemanden. Oha, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unserer Reisen so viele Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht lange warten. Ich mach mich schon gleich um die Socken. Der ist bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen. Bis später. Ich will nicht. Nimm den zurück. Lass mich frei. Ich hab nicht unterschrieben. Ich bin mir der Ehre. Ich hab keine Kaufkraft. Über in dieser Welt warten Pokémon drauf. Ja, okay. Dann also nicht. Hilf mir. Zwinker, zwinker, zwinker. S.O.S. Ich brauch Hilfe. Ich brauch einen Erwachsenen. Oh. Einen Erwachsenen. Oh. Das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Ich hab es selbst gekauft. Und gefangen. Mit meinem eigenen Fleisch und Blut. Schweiß und Blut. Moment. Was sagst du da? Du hast das Ganze eingefangen? Ja. Ich bin sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah. TM-Sklave. Wirklich niedlich. Mein Kind hat so ne blühende Fantasie. Pika, pika. Pika, pika. Das heißt übersetzt. Bitte hilf mir. Hui. Es ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt in euer Abenteuer stützen. Hab ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb hab ich das hier für dich aufbewahrt. Eine Karte von deiner Mama. Oh, dankeschön. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du grad bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Na gut. Dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt gut auf euch auf. Danke. Tschüss Mama. Tschüss Mama. Oh Gott. Ich würde gerade sagen, es ist weg. Nein, es ist hinter mir. Okay. Bevor ich jetzt loslaufe, erkläre ich die Regeln mal kurz. Also, wie ihr seht unten, also dort unten, da, haben wir sechs Pokébelle in sechs verschiedenen Farben. Und zwar Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Diese Plätze werden von Pokémon belegt, die diese Farbe auch haben. Das heißt, Taubsee hier ist Braun. Es ist auch im Pokédex als Braun kategorisiert. Mirapla dagegen würde Blau oder Grün sein. Das heißt, wenn ich Mirapla jetzt fange und sage, es ist Blau oder Grün, dann bleibt es auch dort. Und wenn ich ein weiteres blaues Pokémon fange, wird Mirapla irgendwann ersetzt. Damit es nicht dauernd passiert, haben wir eine Reihenfolge. Das heißt, wenn ich Blau gefangen habe, muss das nächste Pokémon, das ins Team kommt, Lila sein. Sonst kommt kein weiteres erst rein. Und das geht so weiter, bis ich alle durch habe. Und wenn es dann wieder bei Blau ankommt, könnte ich Mirapla ersetzen. Vorher nicht. Das ist die wichtige Regel. Und wenn ich schon davon labere, fangen wir doch gleich mal Mirapla, würde ich sagen, oder? Wenn wir schon hier sind. Ja, komm, versuchen wir es mal. Einfach, damit man sieht, was passiert. Warte mal, habe ich Pokébelle? Okay. Wie viele habe ich? Ich habe fünf. Fünfzig. Okay. Ich habe einen Lotto gewonnen. Okay, dann fange ich mal an die Grafla. Ich muss gar nicht zielen. Voll langweilig. Ich muss doch zielen anscheinend. Wo ziehe ich hin? Okay. Ich bin echt gut darin, merke ich gerade. Aha! Okay, ich muss wirklich da hinten zielen, damit ich was fange. Alles klar. Ich bin ein Toll-Trainer, oder? Muss ich sagen. Zehn von zehn. So, ich kriege ein paar XP. Termsklave, du bist raus. Du bist durch. Ey, Pokédex. Wie Mirapla. Mirapla, das Unkraut-Pokémon. Das ist ganz so Gift. Es wird oft mit Unkraut verwechselt. Versucht man es aus der L zu ziehen, stößt es einen fürchterlichen Schrei aus. Oh, wie süß. Ja, weiter. Dankeschön. So, und jetzt, wie gesagt, habe ich ein Mirapla. Hurra. Das Mirapla ist in meinem Team. Gehe in die Pokébox und mache schon mal dich aus dem Team raus. So. Damit ist mein Team Mirapla. Jetzt kommt die Frage. Mache ich es blau oder rot? Äh, blau oder grün? Ich werde es wahrscheinlich blau lassen, weil... Ne, ich mache es grün. Ich mache es grün, weil... Ich habe das Gefühl, blaue Pokémon gibt es öfter als grüne aktuell. Ja. Obwohl, wenn ich blau mache, kann ich direkt danach ratzfatz fangen. Ich habe schon mal zwei. Ich mache blau, ich mache blau. Okay. Also, Mirapla wird das blaue Pokémon für mich. Alles klar. Das heißt, es kommt hier hin und wird dann eingetragen. So. Jetzt haben wir ein Mirapla. Das heißt, das nächste, was ich fange und im Team behalten werde, muss... Entwicklungen funktionieren fast ähnlich, wenn das Pokémon sich entwickelt. Also, Mirapla entwickelt sich. Dann wird es jetzt zu Dooflor oder Giflor. Ich glaube, zuerst zu Dooflor. Und wird dann blau oder rot. Ich kann es dann umsortieren in andere Farbe. Oder ich lasse es da stehen, wo es ist. Pokémon, die sich ganz verändern, wie zum Beispiel Ratzfrazz, wird dazu radikal, dass dann braun wird. Das fällt dann raus. Das heißt, ich kann Ratzfrazz nicht entwickeln. Es sei denn, ich möchte den Platz verlieren, wo es ist. Das heißt, ich muss gut überlegen, welche Pokémon ich am Ende behalte. Welche ich für länger Zeit behalte. Und wo ich sie platziere in der Zeit. Es wird ja so ein bisschen gewechselt. Aber es wird bestimmt spaßig. Also, ich glaube, das könnte interessant werden. Bericht, was hast du zu versachen? Es ist neugierig. Okay. Details. Es hat eine gute Initiative. Was nicht ideal ist, glaube ich. Okay, mal gucken. Erstmal bist du da. So, jetzt muss Lila. Lila ist Ratzfrazz. Da ist Ratzfrazz. Da haben wir Ratzfrazz. Welches Ratzfrazz ist das Beste? Vom Aussehen her. Anscheinend das. Alles klar. Dann nehmen wir das hier. Hallo Ratzfrazz. So. R4. Guck mal, ist schon besser. Ich muss natürlich nur fangen. Ich bin ja ein Genie empfangen, oder? Ich bin ja so gut. Und ja, das kommt natürlich in Lila rein. Also, das ist ja keine Frage, ne? Das bleibt im Team. Ja. Das ist gar keine Frage. Das bleibt im Fall. Danke. Es ist Ratzfrazz. Das ist ein Maus-Pokémon. Es knabbert mit seinen zwei Nugget-Szenen alles und jeden an. Stößt man auf eines, findet man sicherlich 40 weiter in der Gegend. Das ist wahr. So, Ratzfrazz. Du bleibst erst beim Team drin, ne? Die Frage ist, wie lange? Shinies werden immer gefangen. Und auch behalten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt noch einen Ratzfrazz fange. So, ich fange nochmal einen Ratzfrazz. Weil es ja in meinem Team landet automatisch. Werde ich es direkt rausschmeißen. Es bleibt nicht in meinem Team drin. Das heißt, alle gefangenen Pokémon, die danach kommen, wenn ich sie fange, werden aus dem Team rausgeschmissen und vielleicht auch direkt zu... Was ist eigentlich geschickt? Weil das ist ja ein Ding, was man machen kann hier. Shinies bleiben. Shinies darf ich in meinem Team nehmen, wenn die Farbe noch nicht belegt ist oder wenn sie schon frei ist. Also, wenn sie belegt ist, kann ich austauschen. Wenn sie frei ist, gehen sie rein. Aber wenn sie nicht reinpassen, zum Beispiel, ich glaube, Ratzfrazz ist, glaube ich, gelb oder grünlich. Das könnte man nehmen. Aber es gibt auch Shinies, die... Kanung. Pink sind. Oder schwarz. Oder weiß. Oder braun. Die fange ich dann, aber die behalte ich nicht. Die kann ich also nicht in meinem Team benutzen. Die werden in der Box bleiben für immer. So ist das Leben. Ja. Hi, Ratzfrazz. Willkommen beim Team und du gehst auf wieder direkt. Tschüss. Äh, Pogomomox. Wenn ich auch weiß, welches was ist, werde ich die behalte benennen. Die benenne ich erst mal. Was ist ein guter Name? Für ein männliches Mirabla, glaube ich. Männlich, okay. Habt ihr einen guten Namen für ein männliches Mirabla? Sprout. Sprout. Vielleicht Sprout. Wie Sprosse. Weil es halt eine Pflanze ist. Sprout. Das klingt auch ganz gut, oder? Sprout, das Mirabla. Und ein weibliches Ratzfratz. Oh, äh, hm. Hm. Irgendwer im Mausnamen. Irgendwas mausiges. Was ist mausig? Ich mein, Mini-Maus geht immer. Aber irgendwas cooleres vielleicht. Hm. Ich mein, ah. Äh, Piepsi? Nee. Rita? So, Rita-Ratte mäßig. Und das passt dann zu Ratzfratz. Rita. So. Ja. Jetzt haben wir Sprout und Rita. Und da haben wir Ratzfratz. Und wie man sieht, man kann es ja wegschicken. Aber passt so. Dann kriegt man, glaube ich, ein... Bonbon oder sowas, naht? Genau. Was kriegt man dafür? Belohnung. Genau. Die Stärke machen. Ich krieg ein Flop-Bonbon dafür. Genau, ich krieg Bonbons dafür. Das war die Sache. So. Kann ich dich vielleicht bewegen? Fangreinfolge. Äh, ich mach mal... Höheres Level zuerst. Das passiert auch aktuell anscheinend. Upsi. Upsi. So. Jetzt erst mal ein bisschen weitergemacht hier. Hopp. Ich kann nicht steuern. Ich bin zu schlecht zum Steuern aktuell. Okay. Jetzt muss ich ein rotes Bonbon finden. Ich hab einen Plan, wann das erste wirkliche rote Bonbon auftaucht. Das kann echt lange dauern eigentlich. Weil ich glaube, rot ist nicht so häufig. Habe ich das Gefühl zumindest. Muss ich mal gucken. Also rot könnte dauern. Ich würde mal direkt sagen, dass man es rausschmeißen möchte. Das wäre echt praktisch. Wenn man direkt sagen kann, nein, ich will dich nicht mehr haben. Verschwinde. Oder wenn die Sachen nicht direkt in deinem Team landen würden. Das wäre auch super. So. So. Welches rote Pokémon wäre auf der Ebene hier? Gibt es eins? Glaube ich, hier ist noch kein rotes. Taupsee ist nicht rot, aber Taupsee fange ich mal kurz. Für die XP und vor allem für ähm den Pokédex. Hi Taupsee. Du bist leider nicht mehr im Team, weil du hast weder braun. Du bist braun. Ja. Ich kann nicht schwerfen, weil ich bin zu schlecht dafür. Gott! Nah dran. Passt. Wo muss ich hinwerfen eigentlich? Zur Switch hin? Oder wo muss ich hinwerfen? Ich dachte zum Sensor, aber ich weiß, wo der Sensor ist. Oder muss ich so werfen, dass es denn gerade ist? Aber nur. So, also. So werfen. Muss mal gucken. Taupsee. Das Kleinvogel-Pokémon. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufhebeln als zurückzuschlagen. Auch genannt. Ein Feigling. Hallo Taupsee. Es wird einfach, weil ich später ein volles Team habe, weil dann brauche ich nicht mehr die ganze Zeit zu tauschen alles. so. Tschüss. Okay. So, ich glaube, ein rotes Pokémon dauert. Ab da wird es okay, weil dann kommt Gelb. Gelb ist nicht so schwer. Orange geht auch wohl. Ich glaube wirklich, Rot ist das einzig Schwierige für mich aktuell. Bei Grün habe ich schon eins im Kopf. Gelb habe ich auch schon eine Idee vielleicht. Vielleicht. Aber der Rest wird schwierig. Rot? Müssten wir nicht überlegen, was rot ist. Ach, verdammt. Kann ich heilen. Die Maschine ist kaputt. Na gut. Was muss ich hier machen? Einfach durchlaufen vielleicht? Hallo Shop. Oh, hallo. Ach, hallo. Du kommst aus Alabastia, oder? Dann kennst du doch sicher Professor Reich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hinweise zu tun. Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Nein. Nein, ich kenne ihn. Nein, nein. Danke, das ist echt nichts von dir. Rechte Professor, eier ich doch einen schönen Gruß von mir aus. Tschüss. Äh, ja, yes. Ach so. Oh. Oh, es ist einfach. Oh. Oh, es ist einfach.